Frau Dr. Pehle, es gibt eine Nachfrage von Herrn Reu. Ich hatte mich noch hingestellt, ich mache daraus eine Zwischenintervention. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe mir den Satz aufgeschrieben, den Sie gesagt haben, deswegen melde ich mich. Sie haben mir wirklich heute den Satz gesagt, dass Putin und Russland die Ursache für alle Probleme sind, die wir haben. Aber diesen Satz haben Sie gesagt. Das können Sie nochmal nachschauen, vielleicht gucken Sie nochmal, vielleicht haben Sie sich auch versprochen. Und das ist der Grund, warum ich mich gemeldet habe, denn Sie haben auch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld angesprochen. Und ich möchte jetzt nicht auf den Cyberangriff zurückkommen, sondern möchte nochmal darauf hinweisen, dass am 15. Oktober die Ottima Energie AG Insolvenz angemeldet hat. Gucken Sie bitte nach, warum die Insolvenz angemeldet hat, nämlich wegen der Folgen einer völlig verfehlten Energiepolitik, die schon im letzten Jahr, also vor dem 24. Februar 2022, massive Preissteigerungen im Strombereich und im Gasbereich hatten, weil wir eine wahnsinnige Energiepolitik gemacht haben in diesem Land. Die dümmste auf der Welt, hat Frau Sobragenknecht gesagt. Und ich stelle hier fest, Putin ist nicht daran schuld, dass wir schon im ersten Corona-Jahr eine Armutsquote von 16,1 Prozent hatten. 13 Millionen Deutsche. Eine Kinderarmut, die so hoch ist wie nie zuvor. Putin ist auch nicht daran schuld, dass wir 2.000 Tötungsdelikte hatten von Ausländern. Zwischen 2016 und 2000. An all diesen Problemen, und ich könnte jetzt noch eine Liste weiter hier vortragen, ist Putin nicht schuld. Die einzigen Schuldigen daran, das sind Sie und Ihre Partei SPD, die seit Jahren dieses Land regiert haben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Kompliment gebe ich gerne zurück. Herr Reu, Sie haben aus meinem Redebeginn eindeutig gemerkt, dass ich auf die aktuellen besonderen Herausforderungen eingegangen bin. Ihr Fraktionsvorsitzender hat hier ausgeführt, dass in der aktuellen Situation mit steigenden Energiepreisen die Bundesregierung in Berlin die Ampel daran schuld ist. Und genau auf diesen Anruf habe ich reagiert und habe in das Zentrum meiner Anfangsworte gestellt, was die Ursache für die aktuellen Energiepreisentwicklungen sind. Und das ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und ihr Märchen, ihr Märchen von Sanktionen im Energiebereich ist einfach nichts anderes als ein Märchen. Die Energielieferungen aus Russland sind nicht sanktioniert. Russland will nicht liefern, weil Russland sich nämlich dafür entschieden hat, gegen auch Europa, weil Europa geschlossen gegen Russland steht, zu zeigen, wie man hier auch nicht militärisch Kriegsführung tut. Und deshalb ist es gut, dass in Berlin Entscheidungen getroffen wurden, um die Energiesicherheit Deutschlands abzusichern. Die Gasspeicher, die LNG-Terminals, die Diversifizierung und auch der Ausbau von erneuerbaren Energie. Ich weiß, das hören Sie nicht gerne, das verstehen Sie auch nicht. Das ist mir vollkommen klar. Aber genau auf diesen Aspekt habe ich hingewiesen, Herr Reu. Und an dieser Entwicklung ist Putin der Hauptschuldige. Dabei bleibe ich. Und da wird es Ihnen schwerfallen, mir da das Gegenteil zu beweisen. Vielen Dank. Vielen Dank.